Für die wirklich großen Herausforderungen gibt es die Powermaster-Modelle 30 und 35 von BEMA. Hochleistung für Sauberkeit auf Baustellen, Landwirtschaft und Industrie. Arbeitsbreite von 1,85 Meter bis 2,85 Meter. Dabei bewegen wir große Mengen an Dreck, während unsere riesige Schmutzsammelwanne passt. Apropos Schmutzsammelwanne, die kann ich zum Entleeren einfach hochfahren. Und auch Freikehren geht blitzschnell. Ist ja ein Dualsystem. Wer es staubfrei mag, der nimmt einfach die Wassersprüheanrichtung dazu. Und bei Rinnsteinen oder so wie hier am Stall ein Seitenkehrwesen. Dabei regele ich die Drehzahl für den Seitenkehrwesen über die Side-Control. Individuell oder konstant, also einfach so, wie es mir passt. Das Herzstück der Powermaster-Modelle ist diese zentrale und zuverlässige Steuerung, in der alle Aggregate vereint sind. Der Hydro-Block. Hier sogar als Premium-Version für noch mehr Absicherung mit Stromregelventil und Load-Sensing-System. Ohne Schmutzsammelwanne ist auch kein Problem. Ganz easy weg. Nach der Ernte können Mais, Lehm, Reifenschmutz und natürlich auch festgefahrener Dreck zu einem ziemlich großen Problem werden. Mit der BEMA-Aufkratzvorrichtung an meiner Powermaster kratze ich alles problemlos von der Straße und sorge so für Sicherheit. Aufkratzen mit Schmutzsammelwanne ist ebenfalls möglich. Die Hardock-Segmente werden stabil durch Federzinken über den Untergrund geführt. Noch gründlicher wird es in Kombination mit der Hochdruckspülanlage. Auf Wunsch mit zusätzlicher Sprühlanze. Quasi als mobiler Hochdruckreiniger. Das ist schon ziemlich langes Gespann. Aber durch die beiden Kameras und den Monitor hat mein Kollege trotzdem alles im Blick. Bodenunebenheiten. Der 3D-Ausgleich und das optionale Drehgelenk gleichen alle Spielen aus. Kommen wir zu noch mehr Komfort. Alle hydraulischen und elektrischen Funktionen lassen sich bequem vom Fahrzeug aus steuern. Zum Beispiel um 20 Grad schwenken. Seitenkehrbesen hoch- und runterklappen. Die ganze Kehrmaschine um einen halben Meter nach links oder nach rechts verschieben. Schmutzsammelwanne öffnen, schließen und entleeren. Oder auch beleuchten. Ob leichte oder starke Verschmutzung. Wir haben für jede Art von Dreck die passende Bürste. Sie kennen einfach keine Grenzen. Die Powermaster-Modelle 30 und 35 dual.